Conan hat keine Spezialunterwäsche Ja gut, so genau kenne ich das dann nicht Oh, so kommen wir hier rüber Jetzt können wir auch das letzte Grab kaputt machen So, wo war denn der Typ, der gesagt hat, wir sollen die Gräber alle kaputt machen? Warst du das? Oh, wir haben noch kein Wir haben noch nicht alle Gräber hier kaputt gemacht Uff Das ist einfach so cool Hoppala Muss das noch ausmachen Aber wo haben wir denn hier noch ein Grab? Hier muss ja irgendwo noch so ein Holzgrab sein Da ist noch eins Hier ist keins mehr Zwei übrig Zwei übrig, ja? Er sagt wenigstens eine Anzahl Das ist doch mal was Zwei übrig Wo sind denn hier noch zwei Gräber? Aus Holz Wohlgemerkt Zwei Gräber aus Holz Da ist noch eins Da ist noch eins Fehlt noch ein Grab aus Holz Ja, das ist kein Holz Backtracking wird auch voll belohnt Und wahrscheinlich ist ein Steingrab ein angemaltes Holzgrab Ja, da verlasse ich mich mal nicht draus Ich nehme einfach das Holzgrab hier, okay? Wir nehmen einfach ein Holzgrab als Holzgrab Vielleicht hilft das ja Hat der hier noch irgendeinen Stuff? Nee, ne? Nee Für nix kriegst du kein Geld, du Lackaffe Okay So, wo können wir jetzt hin? Hier hin Naja gut Das ist zumindest ein Schnellreisepunkt Hey Schatz, das ist ein wunderschöner blauer MacGuffin Jetzt hol bitte noch den von lila Kristall Und komm dann zu mir zurück Aha Ein blauer MacGuffin Jetzt Ah, okay Jetzt sollen wir noch den lila MacGuffin holen Die roten Monde Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Ne? Drei Vier Fünf Sechs Sechs rote Monde Wir haben erst einen Okay Bevor du dich Rattlehack stellst Schau, dass du dich genug hochgelevelt hast Sie sagen, dass der große Rattlehack zurück ist Okay, wir machen jetzt erstmal hier das Ding auf Rattlehack Kein Problem Hast du den Laptop-Typen mit der Festplatte unter dem riesigen Stuhl getroffen? Er bewacht ein sehr mächtiges Upgrade Vielleicht hast du etwas um seine Festplatte zu leeren Okay Supraland hat sich mittlerweile über 100.000 Mal auf Steam verkauft Laut 4Players Als ob sich das Game so oft verkauft hat Überrascht mich Dafür, dass es so 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 Gras Unbekannt ist So hart wahrscheinlich, ne? Oder? So hart unbekannt ist 100.000 kann aber sein 100.000 kann sein Ist ja nicht so viel Wenn man ehrlich ist Ich habe Rattlehack irgendwo da hinten gesehen Tritt ihm nicht Nicht unvorbereitet entgegen Werden wir nicht Unvorbereitet werden Werden wir nicht sein Krass Deutsch gleich nah Hat jeden Einzelnen davon verdient Blaster zerstört Holzgräber Okay Das ist ganz cool Ey Dass schon wieder überall das Geld liegen bleibt Schon wieder belastend Boom Triple kill Die PTs haben das vor einem halben Jahr oder so gespielt Okay Ja klar Ich meine Influencer sind mittlerweile ja eine Sehr gern gesehene Werbefläche Was machen wir denn hiermit? Ah Oh Huh 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 Da muss irgendwie was draufstehen. Okay, warte mal. Das muss man ja richtig übel timen. Wie soll man das denn machen? Ich muss da drauf schießen. Dann muss ich den aktivieren und hier den Hebel ziehen, der sich von selbst wieder runterlässt. Das ist halt sofort weg. In der Zeit komme ich doch nicht hier rüber und hier rauf. Ich glaube, mir fehlt irgendwas dafür, um das lösen zu können. Kann das sein? Weil allein mit der Kanone kann ich das nicht lösen. Da fehlt irgendwas. Das ist zu viel, was du machen musst. So, was haben wir hier? Wir können ein bisschen Geld ausgeben. Auffüllgeschwindigkeit, mehr Gesundheit, Blasterschaden, Regeneration. Ja, wir haben ja ein bisschen Geld, ne? Regeneration plus 10 finde ich ganz gut. Holen wir uns noch das. Und dann sammeln wir noch kurz die ganzen Münzen ein, die jetzt hier überall rumliegen. Ah, es ist natürlich wieder belastend, dass... Weißt du, dann kommt an einem Ort brauchst du dann irgendwie 500 Münzen, die wir jetzt natürlich insgesamt gehabt hätten, wenn wir alle Münzen, die wir jetzt nicht einsammeln konnten, hätten einsammeln können. Das ist immer ein wenig ärgerlich. Ja, die sind jetzt natürlich alle weg. Ja, egal. Mach was so. Den Rest holen wir uns irgendwann anders. Wuppuppu. Okay, das scheint der Bosskampf hier zu sein. Nein, gucken wir mal. Okay. Okay. Stellt sich jetzt gerade nur die Frage... Welches Teil ist jetzt noch aktiv? Oh. Au, was? Wie? Wie konnte der mich jetzt treffen? Hä? What? Was? Ich weiß nicht, wie ich das ausmachen kann. Was? Was? suprem. Ich weiß nicht, wie ich... Ich weiß nicht, wie ich... Ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie ich die anderen deaktivieren kann. Muss ich ihn halt so kaputt machen. Easy. 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 Wäre wahrscheinlich auch einfacher gegangen, aber ich meine, down is down, oder? Was ist jetzt? Äh. Okay. Ich habe einen Meteoritenschauer dabei beschwört. Beschworen. Heftig, ey. Gewonnen ist gewonnen, genau. Ich glaube, es wäre irgendwie noch einfacher gegangen, aber mein Gott. Muss man mal die Kirche im Dorf lassen, na? Guck mal. So, guck mal. Wir können doch hier so ein paar Kakteen futtern. Was ist das? Ach, guck mal. So hätte ich das Ding ausmachen können. Naja. Muss man mal in dem Bosskampf erstmal sehen, dass es da irgendwo den Schalter zum drücken gibt. Oder einen Hebel zum ziehen. Na ihr? Heißt das, dass sich jetzt alle Höllenlöcher öffnen? Der Vulkan ist ausgebrochen. Hm. Ja, ich glaube, das waren wir. Hat doch alles super geklappt. Ja, fand ich auch. Ein bisschen laufen. Ein bisschen schießen. Ein bisschen auf die Schüsse schießen. War schon alles vorbei, ne? Hier ist sonst aber nichts mehr, wa? Okay. Oh nein, es gab einen Hebel, den man drücken muss. Ja, ich dachte halt, ich müsste da irgendwie das Rohr rauf, aber das hat nicht so gut funktioniert. Guck mal, da ist auch ein riesiges Holzschwert im Boden. Das habe ich auch nicht gesehen. Schön die Details. Einfach nur schön. So, dann gehen wir mal weiter zum lilanden Steinchen hier.